Jo, hi Leute, liebe Damen und Herren, willkommen zu Heatball. Ähm, Leute, sorry, dass mir keine Videos gekommen sind, aber jetzt... Hä? Äh, Savezone 13 beendet. Lol. Äh, hä, was? Hä? Ach, egal. Jawohl, Leute, wir spielen jetzt bei Star. Also, der Zugangskosten ist 2500 und der Gegner hat es wieder schlechte. Äh, die Gegner sind einfach so schlecht, weißt du? Die sind einfach so schlecht. So. Warte mal, muss beißen hier, warte. Boah. Ach, der Typ ist so schlecht, ey, Leute. Ähm, wir haben schon 21 Uhr, 52, fast, fast schon 10 Uhr. Boah. Tschüss. Ey, er steht die ganze Zeit im Tor und kriegt kein Gelb. Und Gelb bedeutet Frost. Und er kriegt kein Frost die ganze Zeit. Ja. Jetzt. Ey, der Kini ist so ein Loser. Warte mal. Nein. Ach, scheiße. Warte mal. So. Haha. 6-1. Ey, keiner ist für ihn, Leute. Guckt mal bei den Zuschauern. Alles ist für mich. Keiner ist für ihn. Das ist so scheiße. Okay, warte. Nein. Alter, Latte. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Er darf kein... Ja. So. Alter. Tschüss. Ey, die Gegner sind so schlecht. Die sind... Ja, böse Gesicht. Hahaha. Die lachen immer aus. Oder nee, die weinen. Nein, scheiße. Ey. Ey. Ey, warte. Alter, ich... Ich hab kein Tor. Ja, der Gegner hat sich verbessert. So. 10-2. Alter, wie... E-11... E... Alter, 11-2. Ich bin, glaub, ich versuchte hier. Aber... Auch... Alter. Alter. Hä? Willst du Stress, hä? Komm her, ich schlag dich jetzt. K.O. Alter. Komm her, Mann. Mann. Ja. So, tschüss. Komm, sie machen. Glück gehabt. Äh... Hey, gutes Spiel. Ähm, ja. Ja. Viel Glück. Und wie lachen wir ihn aus? Alter, der Typ ist so schlecht. Ja, ich hab mehr... Ey, ich hab 2.000... Äh... Ich hab 2.000... Gold mehr Geld bekommen. Ja. Alter. Ey, wie gut. Ne, ich... Alter. Alter, wie gut der ist, Junge. Alter, er ist zu gut, Alter. Warte mal. Ey, wir haben keine Chance. Weißt du? Wir haben einfach keine Chance. Er ist viel zu gut. So. Ja, siehste? Wie gut der ist. Nein! Ey. Dieser Idiot, Alter. So. Das ist verdient. Nein. Ey, der... Tschüss. Ey, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja. So. Nein. Hä? Ey, er hackt. Alter. Wie macht der das? Tschüss. Ja. Na, bist du ruhig, du kleiner Spasti? Nein. Ja. Nein. Ja. Ha, 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 ha. Alter. Ja. Erd. Nein. Scheiße. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ja, komm, er hat sich gemacht. Alter. Das gibt's so nicht. Diese Kacke, ich rastet, glaube ich, hier auf. Ach, sorry, Leute. Ich kann nicht so gut reden, wenn ich ausraste. Ja. Oh, nein. Ich krieg gelb. Scheiße. Oh. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Oh, Junge, 8,6. Wir lachen ihn jetzt mal aus. So. So. Ha, 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 ha. Denkt er. Eh, er denkt schon, dass er gewinnt, aber nein. Ha, 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 ha. Äh, die Gegner sind so dumm, ey. So, wir greifen jetzt nochmal an. Und hoffentlich ist das ein schlechter. Ja, Gott sei Dank. Das ist ein schlechter oder ein guter oder auch, ja, oder auch wie immer. Aber wir werden wahrscheinlich locker gewinnen. Und werden wir auch. Oh, ah, scheiße, warte. Nein. Ja. Ach, die Leute. Eh, die Kindies sind so schlecht. Also, mein Freund ist bei dem Spiel gut. Sogar fast besser als ich. Also, er kann schon gut spielen. Also, ja, wie ihr wisst, Barscha D54 um 2.0. Also, die Trickschüsse mache ich nur nicht. Tschüss. Also, ein Tor wird der nicht schaffen. Wie gesagt. Ja. 4-0. Ja, nein, Tor, wo ich sage. Tschüss. Ja. So. Tschüss. Nein. Ja, toll. Ja, nee, nee, ich mache jetzt ernst. Komm, ja, Junge, komm, ja. Ich schlatsch auf. Ich schlatsch auf. Nein. Ey, ich schlag ihn jetzt K.O. Nein, meine Fresse. Ich schlatsch dich durch aus, ey. Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht, diese Kacke. Ich hab' fett Kacke. Nein. Alter. Junge, ich schlatsch dich gleich aus, ne? Ja. Haha. Ja. Wir haben 6 zu 3. Und der Dummkopf hat jetzt verloren. 6 zu 3. Ja. So, auslachen. Ja, heul doch, du loser Alter. Komm. Wir lachen ihn aus. Er kann noch mal ruhig schäumen hier. Ja, heul weiter, du loser Alter. Ja, Leute, wir suchen jetzt, was wir so geiles kaufen. Ähm, hä? Alter. Na, wir gucken jetzt. Was gibt's denn hier so geiles? Also, Skins kauf ich jetzt mal nicht. Und Köpfe. Alter, nee, das ist viel zu teuer. Alter, ich rede. Hier, Leute, das ist mein Skin. Der Skins, die schlechteste. Er sieht ein bisschen aus wie Messi. Aber, ja. Wie auch immer. Na. Achso, okay. Alter, wie billig die sind, Alter. Wie billig. Ey. Ich kann mir schon kaufen, welche ich bin, Alter. Alter. Ja. Ach, hier ist eine Jacke. Ja, das ist auch. Ähm, das ist ein bisschen. Achso. Alter, das ist ja. Ah. Oh, nee, den kauf ich. Boah. Alter, wie geil das ist. Oha. Leute, wir greifen noch, Alter, letztes Mal einen Star an. Warte mal. Wir greifen letztes Mal noch an. Und dann beende ich den Aufnahme. Ja. Na, wer ist das denn? Oh. 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 Nee, ich verliere. Und. Nee. Oh, nein, ey. Ey, so gute Kinder ist das nicht schön, ey. Ich stehe immer. Er, Party lebt? Ja, wird's mal Zeit hier. Hallo. Hä? Ey, hat der aufgegeben? Ey, er hat dieser Lust. Hä? Nee, er hat aufgegeben. Weg. Ey, die Leute sind so dumm, ey. Er verlässt doch das Spiel, ey. Ich glaub's einfach nicht. Ja, wird's nochmal Zeit? Hallo? Gott. Gott sei Dank. Ey. Gott sei Dank, weißt du? Gott sei Dank. Alter. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ey. Gott, du bist der Beste. Alter, Junge. Wie schlecht. Oha. Oh, toll. Ach, wie schlecht, wie schlecht. Wir können's doch schaffen. Wir können's doch schaffen. Alter, wie gut der ist. Hallo. Tschüss. Tschüss. Alter, wie gut der ist. 2-1. Haha. Alter. Ey, ich hab's... Ich hab den Ball gar nicht gesehen. Glück gehabt. Hier schreiben wir mal. Alter, warte. Nein. Nein, nein, nein. Alter. Scheiße. Hat... Tschüss. Tschüss. Ey, der Gegner... Nein, er hat Unsichtbarkeit. Scheiße. Ja, toll. Danke. Ey, der Gegner schreibt, obwohl er Unsichtbarkeit macht. Das nützt doch gar nichts. Also, man weiß dann, wo man ist. Ja, 8-3. Toll. 8-4. Haha. Haha. Ich hab einfach Diamanten gekauft. Das müsste sein. Komm, wir schaffen noch eine. Yeah. Die Gegner... Nein, ich kann's noch ein Torsch haben. Nee, pack. Aber auch egal. Ja, muss das jetzt laden oder... Ähm... Viel Glück. Gutes Spiel. Ja. Ähm... Ja, ich hab... Ja, ich hab's gesehen. Er hat Daumen hoch gemacht. Also... Ja. Ihr kennt das schon. Und wir brauchen noch zwei Wälder. Können wir den Kisten öffnen. Und das machen wir nächstes Mal. Ähm... Ja, Leute. Vielleicht mach ich dann... Also, wir machen das einfach morgen. Also, ich kämpfe noch zweimal. Und dann mach ich den... Also, ich mach dann den... Kiste auf. Oder... Den Taschen. Ja. Und unsere Skin sieht voll geil aus. Mit den... Piraten-Wood. Das ist irgendwie voll geil. Ich warte. Ich kann... Ha ha ha. Ha ha ha. Ich kann drehen. Was kommt... Was kommt denn raus? Alter, Scheiße. Ja, Leute. Ja. Alter, ein neues Wut. Ja, Leute. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Und schreibt einen Kommentar. Ja. Alles mögliche. Dann... Ciao.